Mein Name ist Anastasia Krämer und ich absolviere meine Ausbildung bei der BB-Bank in Mannheim und Heidelberg. Heute erzähle ich, warum ich mich für die BB-Bank entschieden habe. Mein Start bei der BB-Bank war einfach super. Ich wurde herzlich empfangen und meine Ausbilder haben sich von Anfang an um mich gekümmert. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich jederzeit Fragen stellen konnte und dass meine Ausbilder für mich da sind. Besonders toll finde ich die Teams bei der BB-Bank. Hier arbeiten Menschen zusammen, die wirklich gut eingespült sind. Ich kann durch die Ausbildung in meiner Filiale meinen Freundeskreis beibehalten und gleichzeitig Karriere machen. Alle geben mir das Gefühl, dass meine Arbeit hier wirklich wertgeschätzt wird. Wenn du einen Arbeitgeber suchst, der dich individuell fördert und dir Karrieremöglichkeiten bietet, dann bist du bei uns genau richtig. Wir wollen, dass du von Anfang an Verantwortung übernimmst und deine Ideen in die Tat umsetzt. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für die BB-Bank als Arbeitgeber entscheiden.